hallo meine lieben kurze informationen bald gibt es neue produkte in meinem shop schaut mal hier geschenktöten zehn stück dann so kräuselbandsplitter mit metall sowie kunststoffzähnen dann habe ich auch 100 pack kräuselbänder für euch im angebot und blumenfolien schaut hier in den größen 30 50 60 70 cm 500 meter rollen für blumenhändler kleinere rollen sind in verhandlung wie gesagt neue produkte kommen weit oder weitere produkte kommen ihr dürft gespannt sein und viel spaß beim shoppen ja